Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Markenmotion-Video-Podcast aus dem Zwischenraum. Mein Name ist Gabriel Schummeroth und heute spreche ich mit Lara Selin Ertener. Lara ist bei uns Kuratorin in der Europasammlung hier am Haus und arbeitet momentan auch an einer Ausstellung, die im nächsten April bei uns eröffnet wird, zum Thema Tirol. Und wir sprechen heute so ein bisschen über, was aus der Europasammlung gerade hier im Zwischenraum zu sehen ist, was hier gerade so sichtbar ist, wenn das Museum nicht geschlossen wäre und wenn das Museum wieder aufmacht, dann hoffentlich zu sehen sein wird. Und ein bisschen über die Ausstellung und auch ein bisschen allgemeiner zum Thema Neupositionierung und was hier so im Zwischenraum passiert. Danke für die Einladung. Genau, super schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr. Und vielleicht können wir genau, was ich gerade gesagt habe, vielleicht können wir damit einfach starten. Die Europasammlung ist ja eigentlich gerade sehr prominent hier im Raum, im Zwischenraum. Und sowohl im Bereich so Provenienzforschung als auch so Projekte, die hier laufen. Vielleicht kannst du zu denen was erzählen und ein bisschen so den Hintergrund. Klar. Ja, tatsächlich ist die Europasammlung schon seit längerer Zeit im Haus eigentlich nicht mehr zu sehen. Das heißt, wir sind ganz froh, dass man wieder Objekte sieht, gerade dann eben im Zwischenraum an zwei Stellen, wie du gesagt hast. Einmal in der Vitrine Wie und Woher, die sich mit der Provenienzforschung beschäftigt. Das ist, da ist ein Objekt gezeigt, über das ich gestolpert bin, ganz am Anfang, als ich hier angefangen habe. Also ich arbeite ja die Europasammlung auf für die neue Dauerausstellung. Das ist eine meiner Aufgaben und suche eben immer auch nach neuen, nach Objekten, die auffallen, die wir so noch nicht betrachtet haben, die vielleicht interessant sind. Und das Objekt nannte sich, oder ja, also nennt sich in, noch seit es reingekommen ist, eben ins Museum, jüdischer Fruchtbarkeitszauber. Und es ist als Amulett betitelt und es ist sehr groß. Es sah aus wie nichts, was ich kannte. Es ist 1942 ins Museum gekommen, also während der Hochphase der Vernichtung jüdischen Lebens in Hamburg auch. Und das hat mich gleich recht schutzig gemacht, eben diese Kombination auch von Vernichtung und Fruchtbarkeit. Und wir sind im Prinzip immer noch auf der Suche. Also wir können da jetzt keine fertige Provenienzforschung präsentieren, sondern im Prinzip Fragen stellen vor allen Dingen. Und zwar, was wir eigentlich relativ sicher jetzt sagen können, ist, dass es sich nicht um ein Objekt aus einem jüdischen Kontext handelt und auch nicht um einen Amulett, das wir in der Art irgendwie anders kennen würden. Was natürlich viele andere Fragen aufmacht. Aber was ist das überhaupt für ein Objekt? Wir wissen mittlerweile etwas mehr über den Spender, der hier auch im Grindelviertel und in Roterbaum gelebt hat, der dem Museum immer wieder verbunden war, immer ab und an Objekte gespendet hat. Nichts Besonderes und auch nicht viel, aber der offenbar über Jahrzehnte irgendwie mit dem Museum auch verbunden war, der selber einer nationalsozialistischen Vereinigung angehörte und hier im Museum auch Vorträge gehalten hat. Wir wissen noch nichts über die VorbesitzerInnen, wir wissen nichts über den Verwendungskontext und vor allen Dingen in dem größeren Kontext der Recherche auch zur Geschichte des Museums im Zweiten Weltkrieg und im Nationalsozialismus, die angerissen und auch schon angefangen wurde aufzuarbeiten, wo aber noch sehr viel Potenzial für kritische Hinterfragung bleibt, besonders in Europasammlungen, aber natürlich nicht nur. Es ist eben die Frage, was hatte man eigentlich damit vor? Also wenn man gedacht hat, es ist ein Objekt, das mit dem jüdischen Kontext kommt und mit Fruchtbarkeit zu tun hat, was wollte man daran erforschen zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich Judaiker und jüdische Objekte aus den Schausammlungen entfernt wurden, also die nicht mehr so gezeigt werden durften, auch Objekte von jüdischen SammlerInnen entfernt wurden, wollte man das später ausstellen und dann unter was für Fragestellungen, also das sind so größere Kontexte, die für uns ein bisschen Überleitung auch sind, um zu gucken, was war eigentlich da in der Europasammlung zu dem Zeitpunkt los, auf was hat man sich konzentriert, was waren Fragestellungen, die vielleicht in der Forschung gestellt wurden, die noch nicht so prominent sind oder die uns nicht durch große Sammlungen oder Veröffentlichungen so auffallen. Genau, das heißt eigentlich sozusagen, dass jetzt bei dem Objekt eher so ein bisschen der Zwischenstand oder sozusagen der erste Anknüpfungspunkt gezeigt wird und nicht das Ergebnis. Das ist so ein bisschen so dieses Work in Progress oder das Mitforschen sozusagen, was dort... Genau. Was für Fragen stellen wir uns eigentlich und zu welchen Kontexten kann das vielleicht überleiten. Der zweite Bereich ist was ganz anderes sozusagen, aber vielleicht kannst du, das ist auch super spannend, vielleicht kannst du das auch kurz erzählen, wie das mit der Sammlung zu tun hat, aber vielleicht auch so ein bisschen noch den Kooperationsansatz mit hineingehen, weil da ist ja auch, hängt ja nicht nur sozusagen, ja, erzähl erst mal einfach. Also ganz anders ist es tatsächlich auch nicht, hat auch wieder was mit Zauber zu tun, was sich ja durch unsere Sammlung generell zieht und durch die Europasammlung auch, dieses Interesse des Museums zumindest in den Anfangsjahren an Zauber oder nicht nur, wie alles was mit Zauber zu tun hat und Magie. Genau und zwar ist das das Hexenarchiv des Museums, das seinen ganz eigenen Podcast verdient hat eigentlich. Das Museum hat von Anfang an eigentlich eben viel Objekte gesammelt, die mit Zauber zu tun haben, mit Magie, mit Spiritualität und in den 70er Jahren kam ein Archiv ans Museum von Johann Kruse, das war ein selbsternter Aufklärer gegen den Hexenglauben. Wie gesagt, auch seine eigene spannende Geschichte, es gab in den 1950er Jahren tatsächlich sogenannte Hexenprozesse, es gab in Norddeutschland und es gab auch seit den 20er Jahren auf jeden Fall immer wieder Vorfälle von Glauben an Hexerei und wo es Gewalt gegen Personen gab, die der Hexerei beschuldigt wurden und sein Lebenswerk war es eben dagegen vorzugehen und er hat ein unglaublich umfangreiches Archiv in seinem ganzen Leben gesammelt, an Zeitungsartikeln, seine eigenen Schriften, unglaublich viel, wo er selber irgendwie versucht hat, gegen Firmen, gegen Behörden, ich weiß nicht was, in drei verschiedenen politischen Systemen ja dann auch vorzugehen und hat auch Objekte gesammelt, die Mittel gegen Hexerei waren oder ja, also verschiedenste Dinge und das war so der Grundstein, um auch formal ein Hexenarchiv im Haus zu legen und dort sind dann teilweise eben Objekte, die es schon im Haus gab, zugeordnet worden oder man hat eben später auch Objekte dann angekauft oder gesammelt, um dieses Archiv zu vervollständigen. Und das ist eine wichtige Geschichte des Museums und deswegen arbeiten wir die eben auch auf für die neue Dauerausstellung und haben uns da aber überlegt, dass wir gerne neue Perspektiven auf das Thema Zauber im ethnografischen Museum und auf die Figur der Hexe auch suchen wollen, weil das ist ja auch ein ganz feministisches Thema, es ist ein ganz aktuelles Thema. Und da sind wir eben in eine Kooperation angegangen mit der Tänzerin und Chirografin Osina Tossi, die 2019 ein Stück auf Kampnagel zur Premiere gebracht hat, Witches, wo sie aus einer künstlerisch-feministischen Position eben die Figur der Hexe erforscht und das hat sie auch hier in Laborformaten, hier im Zwischenraum gemacht, in Workshops mit Tänzerinnen und aber auch TeilnehmerInnen, wo sie sich ja, also wo sie eben aus einer feministischen Komposition popkulturelle Fantasien und historische Fakten zur Hexe zusammentragen oder getragen haben und dass die Requisiten des Stücks, die unter anderem eben auch so entstanden sind, die sieht man in der Vitrine und die sind in Zusammenhang oder gegenübergestellt mit Objekten aus unserer Europasammlung. Das ist einmal das Porträt der Else von Maersburg, eine als Hexe angeklagte Frau, die auf einem Wehrwolf reitet, also ganz klassischen Effekt unseres Hexenarchivs und dann aber eben auch mit meinen Lieblingsobjekten hier im Haus zurzeit die Gebärmutterkugeln oder auch Stachelkugeln oder Bärmuttern genannt, viele Namen, genau, die aus Tirol stammen tatsächlich und die ganz spannend sind, weil sie, also Motivgraben sind, man hat sie geopfert, entweder um sich zu bedanken, wenn man eine Heilung, also wenn eine Heilung der Gebärmutter erfolgt ist oder etwas, was man der Gebärmutter angekreidet hatte, sind ja dann viele Krankheiten zu der Zeit oder viele Wehleiden von Frauen der Gebärmutter zugeschrieben worden oder wenn eine schwere Geburt überstanden war oder so oder eben um Heilung zu bitten. Und das Interessante ist, dass Motivgaben in der Zeit und in der Region eigentlich meistens so naturalistisch dargestellt waren, also wenn du jetzt an deiner Hand, ja, deine Heilung erfolgt hast, erfahren hast, um die du gebeten hast, dann hast du in der Wallfahrtskirche eine Hand geopfert, die auch als Hand erkennbar ist oder eine Nase oder ein Auge oder ein Ohr. Wir haben auch da sehr interessante Sachen in der Sammlung. Die Gebärmutter ist aber eine Kugel aus Holz oder wir haben sehr selten auch aus Eisen, da haben wir aber auch eine von, mit langen Stacheln. Also so die Vorstellung der Gebärmutter und in den Zeitungen der Zeit, wo es auch berichtet, dass eben hysterische Frauen tatsächlich diese Objekte geopfert haben und es war für uns ein ganz schöner Überschlag eben zum Thema der Hexe, der Figur der Hysterie, weibliche Sexualität, die sich eben mit Materialkultur auch niederschlägt und was davon, ja, also die Wahrnehmung und das Wissen um weibliche Sexualität und der Umgang damit, wie der sich eben in Objekten darstellt. Wir haben auch, das wird man in der Ausstellung dann sehen, das haben wir in der Vitrine nicht, das ist auch wunderbare Krötenvotive, also auch die Vorstellung existierte parallel, dass die Gebärmutter eine Kröte ist, eine Amphibie, die sich im Körper bewegt und austreten und wieder eintreten kann. Also das ist ein endloses Thema, genau. Und, aber das ist sozusagen jetzt ja die Überleitung vielleicht zum letzten Teil in unserem Gespräch oder im vorletzten Teil, das ist alles aus dem Sammlungskontext Tirol. Die Gebärmutterkugeln, die wir hier sehen, ja. Genau, also sozusagen die Gebärmutterkugeln und, genau, ich hatte es am Anfang schon kurz gesagt, du bist eine der Kuratorinnen, die im April, die im April geplante Ausstellung zum Thema, genau, Hamburg und Tirol eine Alpenfreundschaft, daran gerade forscht und arbeitet und, und, genau, vielleicht kannst du so ein bisschen was zu den, zu dieser Ausstellung sagen, zu den, zu den Objekten, also, ne, diese Gebärmutterkugeln auch da stattfinden, sozusagen, also, da wird gezeigt werden und vielleicht auch gerade so ein bisschen der Kontext, in was für einem, in was für einem zeitlichen Rahmen sind diese Sammlungen dann ans Haus gekommen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, jetzt gerade für diese Tirol-Malte. Ja, genau, mit Martha Kasungu zusammen arbeite ich gerade eben an diesem Ausstellungsprojekt, das im April eröffnen soll, die Ausstellung. Die Tiroler Sammlungen des Museums sind sehr umfangreich, sind sehr gut erhalten, die stammen eigentlich alle ganz vom Anfang des 20. Jahrhunderts, also der Größteil wirklich von 1904 bis 1915, sogar eigentlich 1904 bis 1908 so ungefähr, genau. Und das ist eben auch die Zeit, als im Museum überhaupt die Europasammlung so ausgebaut wurde, also es ist ein ganz zentraler Teil davon auch gewesen. Und bei der Ausgangspunkt der Sammlung ist, oder der Ausstellung soll eben die Beziehung von Hamburg und Tirol sein. Es gibt mindestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts offenbar eine sehr große Faszination für Tirol in Hamburg, die sich natürlich auch an dem Wohlstand der Stadt irgendwie zeigte, weil dann viele wohlhabende BürgerInnen dort in die Sommerfrische gefahren sind erst und dann in die neu erschlossenen Wintersportgebiete, was sich bis heute ja durchzieht. Also wir haben die Hamburger Frühjahrsferien, nennen sich Skiferien, haben wir letztes Jahr ganz vielen Schlagzeilen gehört, weil eben viele HamburgerInnen in Ischgl saßen und anderen Orten und entweder nicht nach Hause kamen oder Corona mit nach Hause gebracht haben. Da hat diese Verbindung von Hamburg und Tirol immer wieder irgendwie auch in den Schlagzeilen stattgefunden. Genau, aber auch Tiroler Restaurants, es gibt Tiroler Lieder, die immer wieder zu hören sind. Also Tirol spielt in der Stadt immer wieder, auch im Stadtbild, eine Rolle und das ist ein bisschen unser Ausgangspunkt, um uns eben mit dieser Sammlung zu beschäftigen, die lange Zeit nicht wirklich betrachtet wurde und auch nicht in ihrer Gänze so betrachtet wurde und die einfach wahnsinnig spannend ist aus ganz vielen verschiedenen Aspekten, weil sie, wie du sagst, eben so ein Kernpunkt oder so ein Beginn auch der europäischen Sammlung im Museum, also Georg Tillenius, der 1904 hier als Direktor angefangen hat, ihm war ganz wichtig, dass es eine europäische Sammlung gibt und hat da sehr viel gesammelt, also nicht nur Tirol, aber die Alpen und Tirol waren ihm auf jeden Fall ein Anliegen und da ist einfach unglaublich viel, also hunderte Objekte in ganz, ganz kurzer Zeit entstanden, fast alles aus der Sammlung von Karl Wohlgemuth, einem Bozener Lehrer, der selber wiederum außereuropäische Ethnografika gesammelt hat und getauscht hat mit dem Museum. Genau, und wir stellen uns eben dahingehend auch die Frage so ein bisschen, was war die Funktion dieser Objekte im Museum, also überhaupt der Europasammlung, aber auch dieser Alpenobjekte im Kontext oder im Zusammenspiel mit den außereuropäischen Objekten, es finden sich ganz viele ähnliche Sammlungslogiken dahin, also gerade das Thema Masken ist sehr groß natürlich in allen unseren außereuropäischen Sammlungen oder vielen und aber auch eben in den Alpensammlungen. Ist das insgesamt ein Schwerpunkt in der Europasammlung, also die Alpensammlung? Ähm, nein, also die ist groß, aber es ist jetzt nicht die Hauptschwerpunkt. Für den Zeitraum, ja, also für so 1904, 1905 ist wirklich da sehr, sehr viel entstanden, aber da ist auch insgesamt im ganzen Haus und in der Europasammlung einfach so viel gesammelt worden in dieser Zeit, dass, genau, und es sind eben einfach, ja, durch den Tourismus, aber auch eben durch diese Sammlungen, die wir hier haben, sind einfach so nostalgische, also Tirol als Sehnsucht, oh, diese Vorstellung auch von der materiellen Kultur, dieser heilen Welt, ähm, entstanden, wo natürlich so eine Sammlung auch so beigetragen hat, ähm, wenn sie dann gezeigt wurde immer und, ähm, wir wollen diese Bilder so ein bisschen brechen. Ja, total spannend. Also, und es ist ja dann sozusagen auch, wenn es dann im April eröffnet, so ein bisschen gekoppelt eigentlich an die Tiroler, äh, Skiferien oder die Hamburger Skiferien. Die Leute sind dann hoffentlich wieder da, wenn sie überhaupt fahren konnten dieses Jahr, wer weiß, aber. Genau, ja, mal sehen, wie das sozusagen, äh, Covid-19-mäßig, äh, möglich sein wird und was dort, was dort möglich sein wird. Ähm, genau, wir sind ja hier im Zwischenraum und, äh, zum Abschluss von dem Gespräch fragen wir dann immer noch so ein, oder frage ich gerne sozusagen nochmal jetzt die Frage zum Thema Neupositionierung, also das, was wir hier auch versuchen, äh, sichtbar zu machen, ähm, und was Neupositionierung für, ähm, für deine Arbeit, deine tagtägliche Arbeit, deine Forschungsarbeit, deine Ausstellungs-Machen-Arbeit bedeutet. Ähm, genau, das vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, ähm, von dem, von dem Gespräch. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass kritische Hinterfragen, ähm, überhaupt von der Sammlungsgeschichte und der Geschichte des Hauses und, äh, auch den Prominenten eben der Objekte, was man ja vielleicht auch so ein bisschen sieht, eben an den beiden Beispielen, die ich vorhin genannt habe, ähm, ähm, zu gucken, was ist bis jetzt überhaupt noch nicht erzählt worden, also welche Fragen sind noch gar nicht gestellt worden an die Sammlung, also ich bin ja auch in, wenn ich jetzt nicht gerade in dem Projekt bin, aber in der luxuriösen Situation mit überhaupt die Europasammlung als Ganzes auch angucken zu können und zu fragen, okay, welche Fragen haben wir noch nicht gestellt, was, was ist hier, was muss hier auch noch kritisch aufgearbeitet werden, ähm, dass es, ich arbeite eben unter anderem zur Geschichte des Hauses im Nationalsozialismus, ähm, zur anthropologischen Sammlung des Hauses, das ist natürlich ein Riesenthema, was, ähm, ja, wo man eben sehr kritisch rangehen muss und was auch ganz dringend ist, dass man das tut, ähm, und es ausführlich tut und diese Prozesse transparent macht und öffentlich gemacht und auch in, dass sie auch in das, was wir hinterher dann produzieren in der neuen Dauerausstellung auch einfließen, ähm, genau, aber gleichzeitig auch zu gucken, was ist eigentlich auch spannend an der Sammlung, was sind irgendwie Geschichten, die wir noch nicht erzählt haben oder was sind Objekte, die wir noch gar nicht uns angeguckt haben, also wie, wie können wir diese Objekte und Geschichten auch relevant machen irgendwie für die, für die Zukunft, ähm, und da hat man mit der neuen Dauerausstellung natürlich viel, viel Spielraum gerade, also da kann man irgendwie ganz, ganz viel machen, ähm, genau, und auch zu gucken, ich meine, es gibt ja auch immer die sogenannten Highlight-Objekte auch zu gucken, okay, was, was gibt es denn vielleicht für andere Fragestellungen, die wir an diese Objekte stellen können und wie kann man das interessant und relevant machen und dann eben auch, ähm, ja, zu gucken, wie können wir irgendwie diese Dinge, über die wir nachdenken, auch, ähm, irgendwie in unserer Arbeit miteinander, auch nicht nur unsere Produkte, sondern auch, wie wir irgendwie als Haus funktionieren und miteinander arbeiten, wie man das da auch mit einfließen lassen kann, das finde ich auch ganz wichtig. Voll schön. Gutes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Lara, für, fürs Kommen und fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören und auch einen herzlichen Dank an die Kulturstiftung des Bundes, die den Mark in Motion Podcast, ähm, ermöglicht und, ähm, auf bald. Vielen Dank. Danke dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020